Ja Leute, hallo und willkommen zu Let's Play Mario 0 Mario auf jeden Fall Und ja, wir fangen gleich auch an Also das ist eine Mischung aus Mario und Portal Und ja, jetzt können wir ein paar Palle setzen Also ich spiel's zum ersten Mal also Also nicht Mario, sondern das Mario Ja, jetzt Also ich würde die Portale, glaube ich, hier nicht brauchen Soweit ich das bei manchen Netzplates gesehen habe Also, ich weiß jetzt nicht, wie man... Ja, das ist ein Fade Ist mir leid, Leute, hm... Ich muss mich erst an die Steuerung gewöhnen Ja, nämlich schon was Portion und Micro... äh... Wir können das hier machen Äh... Und dann B... Oh, Fade Ach, egal, warte... So... Danke sehr... Däh... Ach, egal... Also ihr wisst, was ich meine... So... Nämlich schon geht's aus Portal und Dingster Und ja... Mario, da gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen Außer jemand kennt Mario nicht, jemand kennt Portal nicht Soll er sich in die Ecke gehen und sich schämen? Mario und Portal sind die Gründkenntnisse der Menschheit! Äh... Äh... Nein, ich bring da jetzt nicht rein! Äh... 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 Scheiße... Äh... 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 Ja, also... Eigentlich ist das Spiel gar nicht so schwer Und ja, jetzt kommt der schwierigste Sprung überhaupt! Und ja... Den krieg ich natürlich wenig in Wetten! Ach, wusste ich doch! Naja, okay, wir sind doch im Fall weiter! Juhu! Dran freut sich die Mama! Also ja... Also wie gesagt, das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel! Also... Joa... Lalalalalalalalalalalalalala... Lalalala... Lalalala... Wo? Ja, in so der Schleife! Cool! Äh... Feuerblume meine ich! Juhu! Und ich weiß immer noch nicht, wie man die einsetzt! Ah, wir könnten natürlich... Ach, egal! Nein! So... Nein! 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 Boah, fehl! Also... Äh... Ja, ähm... Warte mal! Ich glaube, ich muss da hoch! So... Denk ich... Ähm... Warte mal! Hä? So... Jetzt muss ich hier hinsetzen und dann machen wir so... Jetzt muss ich hier hinsetzen und dann machen wir so... Äh... Okay... Ja... Ja... Du wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach da lang! Nein! 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 Wir sterben nicht! Nein! Wir sterben nicht! Nein! Wir sterben doch! Nein! 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 Dann machen wir so! Ja! Ja! Nein! Ja! Ja! Das war jetzt... Fail! Das war jetzt... und ich bin nicht locker ich nenne ihn jetzt Game Over das fängt ja schon mal super an so ja ok nochmal man wehradig you can run with left shift also wir setzen uns an den Praktalen Portal und dann wieder ein und ja und dann gehen wir die alle um in den Portal ich bin ein Pilz ach wir rennen jetzt einfach durch ähm Feuerblume interessiert uns nicht das auch nicht das auch nicht das schon gar nicht das auch nicht das auch nicht das auch nicht Feuer ist alles punktet oh scheiße Feuerblume Alalalalalalalalalalalalalalalalalala wir haben's drauf wir haben's drauf wir sind's schon an in der ersten Welt voll abgekackt wir haben's drauf wir haben's drauf wir haben's drauf wir sind solche voll die Noobies und das das ist das ist schon bewiesen ne wir haben's drauf wir haben's drauf wir haben's drauf wir sind voll die Noooooooops ups ah okay Erwitt hör auf zu singen meine Ohren fangen schon an zu bluten oh tut mir leid Fred kein Problem alter ok ich rede jetzt mit mir selbst und tue so als wäre ich zwei Personen auf einmal an der Heile pur an der Heile pur hinschlein 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 wird man doch ein kleines wir sind weiter und haben wir sind noch nicht einmal gestorben ja mann jaja 5000 punkte nananananananana spiderman wieder auf der wäscheleine ist nicht wirklich wieder spiderman spiderman ok ich weiß ich finde das die tage aber schweiß drauf wer achtet schon auf die klinik ach egal wer darauf achtet ein streber nein bitte nicht okay gut ich mache gar nicht nicht. ich weiß dass ich jetzt nicht mal nicht verkackt oder oder trotzdem nicht ok ich hab's verkackt m m ich bin so ein noob in mario auf der wii ist das geiler ok nochmal ja dich dich mal packen es geht ich verspreche es euch so diesmal sterb ich nicht einmal ich zock das jetzt alles ohne einmal ohne einmal zu abzukacken ja das meine ich ernst es hört auf mich zu mobben ich fühle mich von euch gemobbt ich meine eltern haben mich nicht lieb niemand hat mich lieb n 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 уб n n n n n n n n n richtig gestiegen ist, weil das einfach Fähigkeiten zu probieren sind, durch eine Feuerblume einfach Feuerwelle schießen zu können. Ja, 12.000 Punkte, ich wollte schon 12.000 Punkte sagen. Man! Das ist langweilig. Also nein, mir ist natürlich nicht langweilig, Mario ist voll spannend und so, ne? Ja. Geh mal ein bisschen schneller. Los! Zack, zack. Okay, gut. Haha! Oh nein, nicht schon wieder! Yay! Endloser Schleif! So. Jetzt kannst du mir nichts machen. Nein! Ich wollte den Pixel gar nicht. Yay! Yay! Ja! Scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach weiter. Ja! Ja! Wenn wir es drauf haben. Damn! 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 나�en! StarICHard wieso habe ich jetzt ein Umwohn davon? Dash. Wetten, wir sterben jetzt nicht einmal? Was sag ich? Wir sind bis jetzt noch nicht einmal abgekackt, Leute. Wir sind voll die Pros. Ja. Ja, das ist ein Fail. Was ist hier, wie wir das machen? Ja, ihr habt richtig verstanden. Oh, nein. Nein, nein, nein. Hör auf, David. Hör auf, dann bist du singend, David. Böser David. Macht heute schon keine Kekse mehr. Ja, Jem, Jem, Jem. Nein, nicht schon wieder. Nein, ich will nicht abkacken. Nein, das verkack ich nicht ab. Hier ist ein Pilz. Jetzt hab ich wieder 100 Kapi. Ja, Pilze geben euch Leben. Also hört nicht auf eure Eltern. Drogen sind gut. Seht ihr? Mario ist schön stark und kräftig geworden durch Drogen. Und der kann später Feuerbälle schießen, wie ein Drache. Ja, also hört nicht auf eure Eltern. Drogen machen euch stark und gesund. Mario ist das beste Beispiel dafür. Oh, ihr kriegt so eine geile Vorfeldkanone wie er hat. Dann könnt ihr Portal schießen. So, Leute. Jetzt sind wir in dem ersten Schloss. Juhu, doch vor allem. Also, ich folge dir bestimmt nicht. Meine Mechanism. Niemand mag mich. Ich bin müde. Ach, egal. Du, ich bin total. Ich mach's einfach freestyle-mäßig. Oh, klar. Ich wusste, dass es passiert. Ich wusste, dass ich bin so ein Noob. Keine Ahnung, ich lieb. Aha. Stirn, Browser. Da-da-da-dum-dum-dum. Ja.